Na ja, das Spitzenspiel hier beim zweiten Bavarian Race in Wilhelmsdorf, Ostersonntag, 15. April 2017, Rundel 2, glaube ich. Christopher Bedenk schlägt auf gegen Matthias Ullrich. Den kennt wohl jeder, der mal Cobra Cup gespielt hat, der Champion der letzten Jahre, als es noch Cobra Cup hieß. Gleiche Tremiumserie jetzt in der Bavarian Race in Wilhelmsdorf. Applaus 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 Vielen Dank.